Sehr schön, einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir wollen hier mal im Nachmittags-Blues ein bisschen gleich wieder rein starten und unsere 4 plus 7 E-Commerce-Fails und Trends hier präsentieren. Wir haben eine Sache nicht heute und das ist Zeit. Aber das ist ein großer Vorteil, denn deswegen kann das Ganze hier extrem kurzweilig und prägnant rübergebracht werden können. Ich bin heute hier so ein bisschen als Neutraler, habe hier eigentlich gar keine Verkaufsagenda, möchte euch hier nichts irgendwie um die Ecke mitbringen. Und kann einfach nur meine Erkenntnisse, unsere Erkenntnisse, die wir mit der ganzen Community gesammelt haben und mein Wissen für euch teilen. Und warum darf ich hier was dazu sagen? Andreas hat das ja gerade schon so lieb gesagt. Man muss sagen, mit dem Digital Bash, mit Online-Marketing.de, ich sitze da wirklich an der Quelle. Also wir machen da jede Woche ein Event nach dem anderen. Unsere Redaktion haut hunderte Artikel zum ganzen Digital-Marketing raus. Wir haben hunderte Webseitenbesucher bei uns, hunderttausende Webseitenbesucher bei uns auf der Seite. Und dadurch entstehen so viele Kontakte, dafür entstehen so viele Connections und das wollen wir einfach nutzen, um das heute so ein bisschen hier mit reinzubringen. Wir haben extra hier für den Anlass heute eine Umfrage in der Community durchgeführt mit den größten E-Commerce-Trends. Und das wollen wir so ein bisschen einfließen lassen. Zusätzlich bin ich auf das Thema gekommen, weil ich habe 2021 mehrmals den Vortrag gehalten, neun E-Commerce-Trends und zwei, die du garantiert nicht erwartet hast. Und was soll ich sagen, es kam natürlich ganz anders als erwartet. Im Nachhinein ist es immer leicht, über das zu reden, aber im Vorfeld schieben wir das alles ganz logisch und ganz klar. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch mal die Fails angucken. Deswegen vier Fails und sieben Trends, deswegen auch der Titel und so ist das Ganze gebaut. So das Ziel des Vortrags heute ist es, dass ihr so ein bisschen, ja, auf einen Konsens kommt. Eure Position, eure Haltung, das, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, das, was ihr denkt, sind die Trends, dass ihr das so ein bisschen abklopfen könnt mit dem, was auch so den Markt bewegt. Und vielleicht nehmt ihr ja noch das ein oder andere mit, wo ihr euch dann so in den nächsten Monaten vielleicht nochmal ein bisschen fokussieren drauf könnt. In kurz, ich werde einfach wild Begriffe um mich werfen und hoffe, dass da was Sinnvolles bei rumkommt. Also, ihr sollt natürlich auch ein bisschen mit einbezogen werden. Deswegen könnt ihr auch gerne gleich nochmal per Slido und den QR-Code selber abstimmen. Und ihr könnt dann selber mehrere Trends bitte auswählen und seht, nachdem ihr das abgeschickt habt, dann auch sofort, wie hier so der Konsens unter allen Leuten ist. Es gibt morgen auf der Hauptbühne auch das E-Commerce-Panel. Und deswegen, die Latte liegt ziemlich hoch, weil ich hoffe, dass wir schon so ein bisschen die richtigen Themen treffen. Ebenso nochmal ganz kurz vorweg, bevor wir jetzt auch in die Trends reingehen. E-Commerce-Trends gehen ja auch stark einher mit den Digital-Marketing-Trends. Das eine befruchtet auch das andere so ein bisschen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiger Fakt, den man da so einbeziehen muss. Noch als letzte kleine Sache. Ich finde ganz wichtig zu sehen, für den Ansatz, wie man überhaupt Trends bewertet, ist das eine. Was ist Hype? Was ist Trend? Und was treibt auch wirklich Volumen? Also es hilft halt nichts, als Firma jedem kleinsten Trend irgendwie hinterherzulaufen und absolute Pioniersarbeit zu leisten. Dann verrennt man sich, gibt hunderte tausend Euros aus und selbst bei bestmöglicher Ausgestaltung kriegst du keinen Return. Deswegen, vielleicht kann man bei manchen Sachen auch andere Leute die Pioniersarbeit machen lassen und man selber steigt dann ein mit seinen Sachen, wenn da richtig Volumen geht und wenn man es einfach nicht mehr verpassen darf. Aber lasst uns reingehen in den ersten Trend, den ich euch heute mitgebracht habe und das ist Influencer-Brands und Influencer-Marketing. Absolut nicht neu, logischerweise, aber hier geht mittlerweile so unfassbares Volumen. Ihr kennt vielleicht den Kollegen, den ihr da seht, das ist der Kollege Capital Bra und er hat vor zwei Jahren den Eistee, einen stinknormalen Eistee auf den Markt gebracht, der nennt sich Bra-Tee. Und da war jetzt letzte Woche das Jubiläum, zwei Jahre Bra-Tee auf dem Markt und er hat mal ganz unverblümt in seiner Instagram-Story rausgehauen, dass 80 Millionen Einheiten in diesen zwei Jahren verkauft wurden. Das sind halt einfach mal innerhalb von, bei so einem angenommenen Preis von 1,49 pro Ding, sind das einfach mal lockere 100 Millionen, die mit irgendwie so einem, ja, stinknormalen Eistee umgesetzt wurden. Also finde ich schon ganz schön eine Megapower. Das Ganze kann man so ein bisschen umschreiben mit der Creator-Economy und eigentlich gehört es zum guten Ton, dass man als großer Influencer jetzt auch eine eigene Marke hat. Und mein Appell ist so ein bisschen, egal in welcher Rolle man selber jetzt im Markt ist, vielleicht kann man sich das ja irgendwie zunutze machen, dass man exklusive Deals macht, dass man den Traffic auf seine Seite holt, dass man vielleicht auch eine Marke macht mit irgendeinem Influencer. Also es muss ja nicht immer gleich die Größten sein wie Pamela Reif, man kann ja auch vielleicht erstmal ein bisschen kleiner anfangen. Aber was hier für den Rahmen auch super wichtig ist, vor allen Dingen im E-Commerce-Bereich, sind die Spendings. Und die Spendings werden in diesem Jahr für Influencer-Marketing prognostiziert mit 31,7 Milliarden Euro. Das ist dann ein Plus im Vergleich zum letzten Jahr von über 22 Prozent. Und das Ganze trotz Krise und Rezession, das sind schon ganz schön beeindruckende Zahlen. Und ich glaube, wer das noch nicht in seinem Budgettopf hat, der sollte da auf jeden Fall mal ein bisschen was rüber switchen. Nächster Trend, den ich dabei habe, ist das Thema Marktplatz und Plattformisierung. Damit ist so ein bisschen gemeint, Marktplätze sind real geworden. Ich glaube, wenn man sich so die größten 10, 15, 20 größten E-Commerce-Webseiten in Deutschland anschaut, gibt es da keine mehr, die nicht auch ein eigener Marktplatz ist. Und das ganze Thema hat jetzt durch die Krise und so ein bisschen auch im E-Commerce nochmal Fahrt aufgenommen, dass es von großen Playern wie About You oder auch Zalando immer mehr gepusht wird, weil man auf einmal gesehen hat, hey, wir verkaufen nicht mehr so viel ab, unsere Lager sind voll. Und auf einmal siehst du, ja, es ist vielleicht gar nicht so schlecht als Marktplatz, dann hast du vielleicht auch viele Vorteile davon. Und ich glaube, jeder Player im Markt muss sich da seiner Rolle bewusst sein, sei es, dass man selber als Marktplatz agieren kann, möchte oder will. Oder wenn man Hersteller ist, wie man da in diesem Ding, in diesem Kosmos stattfinden will. Oder wie viel man seine eigene Seite präferieren möchte. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und bei Zalando, die geben einem nämlich tatsächlich die Funktion, um genau zu filtern, wie viele Produkte Zalando selber anbietet. Und in der Kategorie Sweatshirts und Hoodies für Männer sind das erstmal 36.000 Artikel, ist erstmal super viel. Macht man den Filter an, verkauft von Zalando, also wirklich von Zalando selber, sind das dann nur noch 5.600. Das entspricht dann quasi 16% des ganzen Inventars, das man bei Zalando angeboten bekommt, ist überhaupt noch von Zalando selber. Vom Zalando Fulfillment sind das dann so knapp 9.000, da sind es dann ein paar mehr. Aber ist natürlich nicht repräsentativ, logisch, aber schon, ja, auf jeden Fall ein interessanter Fakt. Nächstes Ding ist das Thema Videoproduktfeeds. Ich glaube, man kann das auch ganz gut mit TikTokisierung umschreiben. Das sind einfach so diese endlosen Videoslides und der Trend geht tatsächlich leider dahin. Man hat das gesehen mit Instagram Wheels, YouTube Shorts und jetzt hat gerade auch Spotify gesagt, dass sie auch in ihrer App ganz stark zu diesen Videoslides hingehen wollen. Und es gibt dazu auch schon ein erstes Produkt, nennt sich Amazon Inspire. und das ist komplett auf den Produktabverkauf ausgerichtet. Ist in Deutschland momentan noch nicht verfügbar, kommt über die Amazon App und man kann dann quasi endlos sich Produkte zusammensliden und deswegen hat das dann auch nochmal eine viel größere Bedeutung für den Commerce beziehungsweise den E-Commerce Bereich am Ende. Grundsätzlich, die Videos haben nie ein Ende und wer dieses Jahr noch nicht 9 zu 16 Videos auf dem Schirm hat, der hat auf jeden Fall was falsch gemacht. Nächstes Thema, was ich mitgebracht habe und was auf jeden Fall ein Trend dieses Jahr ist, hat wahrscheinlich auch jeder selber gesehen, auf einmal wurden die Budgets kleiner, das Cash wurde teurer und das ist Kostensenkung und Profitabilität. Man sieht so ein bisschen, dass es dieses Jahr eher um Bottomline statt Topline-Wachstum geht und das bedeutet im Prinzip, Topline hieß immer, wir wollen um jeden Preis mehr Umsatz, mehr Sales machen und jetzt ist es eigentlich, wir wollen unsere Bottomline, also unsere Profitabilität maximieren und so ein bisschen das, was unterm Strich hängen bleibt, ja, einfach eher optimieren. Und ich glaube, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, Covid hat das maximal gepusht, dass es auf einmal im E-Commerce aus allen Rohren gefeuert wurde, wie es noch so ging. Das ist auf jeden Fall vorbei und deswegen hat das jetzt dazu geführt, dass jetzt auf einmal die Kosten mehr im Fokus sind und das ist wahrscheinlich am Ende gar nicht schlecht, weil das Thema an massiver Komplexität gewonnen hat und sich auch viel mehr andere Werte jetzt auch in die Bewertung von Kampagnen mit einfließen. Die Kosten sind mehr auf dem Prüfteller und wahrscheinlich werden die meisten Player im Endeffekt stärker da rausgehen. Wir sind auch schon in unserer Top 3 der Umfrage und auf Top 3 ist natürlich das Thema TikTok-Marketing gelandet. Vor ein paar Jahren war es noch so, dass irgendwie alles Geld bei Meta gelandet ist. Jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Vieles geht auch zu Snapchat oder vor allen Dingen mittlerweile zu TikTok. Und bei TikTok ist es so, es ist halt absolut im Trend. Man kann es nicht anders sagen. Es gab jetzt gerade eine aktuelle Studie, seht ihr in der Mitte hier. Dort ist rausgekommen, dass sogar TikTok-Marketing nur 50 Prozent so viel kostet wie die Ads bei Instagram. Einmal in puncto Reichweite und in puncto Interaktion. Das heißt, da haben wir schon mal einen natürlichen Vorteil sozusagen. Und zum anderen, das Wachstum von TikTok ist halt immer noch exponentiell. Also die hauen immer noch richtig was zu, sind schon größer als Instagram. Ich glaube, wir sind die meisten hier nicht so richtig die Zielgruppe, auch wenn eben gesagt wurde, es geht jetzt auch so für Leadership-Content. Aber man kann halten, was man davon will. Aber mehr als 10 Prozent Anteil im Social-Media-Marketing-Budget spricht auf jeden Fall schon irgendwie für sich. Und hier geht richtig Volumen, muss man auf dem Schirm haben. Top zwei in diesem Rahmen ist das Thema Nachhaltigkeit. Hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. 60 Prozent haben das Thema Nachhaltigkeit als absoluten Trend ausgewählt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, das kommt noch viel stärker. Die jüngeren Käuferschichten, deren Kaufentscheidungen werden massivst beeinflusst durch vor allen Dingen Nachhaltigkeit. Und per se ist am Online-Handel fast alles erstmal nicht nachhaltig. Und deswegen glaube ich, dass man selbst mit kleinen Schritten jeder Beitrag zählt, schon da sich sehr gut platzieren kann. Nicht nur jetzt, sondern auch schon für die Zukunft. Top eins Trend. Ich glaube, das hat jeder erwartet. Und ich hoffe, ich gucke gleich bei Slido rein, dann steht es auch auf Platz eins. Ist das Thema ChatGBT, OpenAI und KI. Das ist der Top-Trend. Weit über 80 Prozent haben das als Ergebnis ausgewählt, als ihren Trend. Das ganze Thema könnte natürlich hier ganze Konferenzen oder Tage füllen. Deswegen nur ganz kurz, nimmt das auf die Agenda. Es ist mittlerweile schon viel, viel mehr als einfach nur automatisierte Produkttexte. Also viel, viel mehr. Und deswegen kommt ins Handeln und denkt nicht nur in Theorien. Weil ich glaube, man kann sich so ein bisschen verlieren, wenn man immer sagt, das ist toll, das ist toll, das ist toll, das kann man machen. Aber es gibt halt schon echte Cases, die man nutzen kann. Und das sollte man auf jeden Fall schaffen. Die Trends hier, die uns ChatGBT gegeben hat, die haben nicht so richtig gepasst. Deswegen überspringen wir die. Ihr seht hier auch nochmal den Code. Wenn ihr selber nochmal eure Trends eingeben wollt und das noch nicht getan habt, gerne nochmal hier den QR-Code scannen für Slido. Also, wir wollen nämlich jetzt nochmal die angesprochenen Fails hier vorstellen. Und sie sind schon aktueller. Bin ich auch gespannt, was ihr davon meint. Und würde gerne mit dem einen oder anderen nochmal in den Diskurs gehen. Thema 1, Krypto. Muss man dazu noch was sagen? 2021 hatte ich es mega auf dem Schirm. Aber es ist nichts passiert. Es hat keinen Einzug ins E-Commerce gehalten. Hat jemand per Krypto was auf einer deutschen Webseite gekauft? Wahrscheinlich nicht. Keine Bedeutung, keine Entwicklung, kein Volumen. Also, absoluter Fail. Nächster Fail, den ich mitgebracht habe, ist das Thema NFTs. War für mich absolutes Top-Thema. Richtig im Trend gewesen, auch bei mir. Aber zum jetzigen Zeitpunkt absoluter Fail. Es gab letztes Jahr einen unglaublichen Hype. Aber spätestens durch das Werbeverbot für NFT-Projekte im Metakosmos ist es auf jeden Fall ganz schön abgeflacht momentan. Was ich aber sagen muss, ich glaube, das Thema digitale Besitzgüter wird nochmal an Fahrt aufnehmen. Also, es wird da schon nochmal ein Comeback geben. Aber wer weiß, wann das sein wird. Nächster Fail, Voice-Marketing. Schnell abhaken. Wurde sehr hoch gehypt, aber hat natürlich auch null Bedeutung. Bei mir ist es das Höchste der Gefühle, dass ich vielleicht mal was auf die Einkaufsliste packe. Aber das war es im Prinzip auch. Letzter Fail des Tages ist das Thema Matterworth. Ja, ich glaube, da hat sich Mark Zuckerberg doch ganz schön verzockt mit. Das ganze Matterworth wird kommen, aber es wird auf jeden Fall noch einige Jahre dauern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat sich da so ein bisschen verrannt. Und ich glaube, die Bestrebungen für das Matterworth wurden ja auch mittlerweile ganz schön zurückgefahren. Meta musste ganz schön viele Mitarbeiter entlassen. Und deswegen ist es momentan auf jeden Fall ein ganz klarer Fail. Und vor allen Dingen finde ich, dass man in Zeiten wie angesprochen von Cash und Profitabilität auf jeden Fall keinen Fokus mit seiner eigenen Company und seinen eigenen Bestrebungen auf das Thema geben muss. Weil da geht einfach noch kein Volumen. Und man hat einfach viel, viel wichtigere Themen, die man in den Fokus nehmen muss. Aber deswegen Fail zum jetzigen Zeitpunkt aufgeschoben und kommt vielleicht dann nochmal in ein paar Jahren. Wir sehen jetzt hier nochmal so die ganzen Trends, die quasi bei uns in der Umfrage zur Auswahl gestanden haben. Die habt ihr auch alle bei euch in der Slido-Umfrage gesehen. Da wollen wir jetzt nochmal die Top 3 einmal angucken. Was ich zumindest super spannend fand, wenn man sich mal hier anguckt, auch die Themen CTV und Digital Out of Home. Und zum Thema Digital Out of Home läuft nämlich gerade auf der Hauptbühne eine große Panel-Diskussion, wird von vielen, vor allen Dingen auch Anbietern im Programmatic-Markt immer so als absolutes Hype-Thema noch. Jeder muss das machen und es gibt nichts anderes prognostiziert. Aber wenn man sich mal die Ergebnisse anguckt, bei uns haben die Themen CTV und Digital Out of Home nur 8 beziehungsweise 9 Prozent bekommen. Das heißt, es gibt da schon eine kleine Diskrepanz zwischen dem, was irgendwie so die Anbieter im Display-Markt wollen und zum anderen, was auch nachgefragt wird auf der E-Commerce-Seite. So, wir haben jetzt hier die Ergebnisse. Ihr seht es ja auch, die selber abgestimmt haben. Platz 1 hat erreicht, oh ja, danke, ChatGBT OpenAI KI mit 82 Prozent, gefolgt von, oh, wir haben hier einen Gleichstand, von dem Thema Nachhaltigkeit, TikTok-Marketing und Kostensenkung zur Effizienzsteigerung. Das heißt, ich würde sagen, wir haben die Umfrage hier in dem Rahmen auch nochmal bestätigt. Und genau, deswegen danke ich euch, dass ihr interaktiv mitgemacht habt. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, ich konnte etwas inspirieren. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß hier in Hamburg bei der schönen D3-Konferenz. Danke. 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 Vielen Dank.